hallo und herzlich willkommen zurück zur handshowdown bei mir sind der jonas und der david ja moin ja ja das ist heavy knife ist im prinzip zwischen messer und machete aber ich hab die machete immer benutzt ich finde ich ihn mega der säbel ist halt bei weitem besser welchen du jetzt was hast du mit der machete hat das ist halt ein waffenplatz sind die verschwende ich kann halt mal machen lustig mehr nach norden support rica oder mehr ins zentrum wird alice farben so würde ich auch eher sagen ich hasse port rica ja ich finde aber auch einfach diese extreme norden also darf ich hier festhängen kannst du es auch einfach machen also ich habe beastface ich kann sie nicht aufschrecken wie ihr seht ja das ist gut dass du das jetzt noch dazu sagst weil orientiert euch nicht an mir ich denke immer ich denke immer ans team und versuche dass wir irgendwie alle hier gut durchkommen ich bin da nicht so egoistisch wie ihr und kauf einfach keine parks die ihr nicht habt schlimm ekelhaft auf der brücke ist ein kevin alles klar was willst du was willst du was willst du hä wie kacke wären dass wenn jetzt da hinten jemand stehen würde und den emulator jetzt durch die wand ins wasser fallen hätte sehen und deswegen genau wüsste dass wir da sind das wäre schon lustig du ich finde schallgedämpfte waffen so super ich kenne schallgedämpfte schrotflinte ich bin leider immer so ein bisschen ranzig du könntest halt wirklich damit so mit mit light foot und den ganzen leisen park silent killer pipapo so voll in gebäude schleichen dann kann ich selber nie finde ich hat man nicht bei call of duty oder so die möglichkeit schrotflinten mit schalldämpfern zu machen bei call of duty kannst du dir auch raketenwerfer auf kristolen schnallen ja auch wieder war entschuldigung so aber warum hat es eine schrotflinte denn nicht schalldämpfen können oh wow weiß ich nicht gibt sowas ich weiß es wirklich nicht ich weiß ja das für mich macht das wenig sinn mit wegen der streuung und so oder das hat ja mit dem schalldämpfer nichts zu tun ja aber schalldämpfer benutzen ja da geht es ja um die gase aber schalldämpfer für schalldämpfer musst du ja auch für schalldämpfer geeignete munition benutzen ne die sind ja unterschiedliche sachen es gibt ja den knall vom schuss sag ich mal also der halt aus dem lauf austritt und der wird mit dem schalldämpfer gestoppt und dann halt den ja aber also meines wissens nach hast du bei normaler munition kaum wirkung mit einem schalldämpfer es gibt es gibt extra munition die für schalldämpfer geeignet sind die knallen grundsätzlich schon mal weniger bloß den schalldämpfer fast gar nicht mehr ja die gibt es in der tat aber die kann man ja auch so benutzen die ist dann ja klar kann man die macht der macht dann keinen überschall knallen nein genau so wusste ich mir denn du bist es so fast wie gesagt davor ja ja aber da vorne waren schüsse haben die waren noch relativ weit weg ja aber ich bin halt nicht dahinter das vielleicht eigentlich dahinter abstander unsere leute in den rücken fallen können aber schon wissen dass die hinter uns sind weißt du wenn sie überall jeder wo wir sind ja aber wenn die da sind dann laufen wir weg vom bossgebiet und die haben schon die hälfte verbannt und wir haben weiten weg von uns die haben ausgang bei sich ich sag nur meine bedenken alter hat er mir einen mitgegeben wenn ihr heilung seht sagt man die schallverdient hat gerade einer von euch gegen wirtschaft ist gegner hier südwesten doch gerade sagen ich hätte nämlich schwöllen können dass ein schuss an mir vorbeigeflogen ist da ist er ja ein hatten hit in dem schild merken die ja aber einer auch auf der anderen auf der anderen uferseite einer da vorne ok ich geh mal auf den komparen jetzt hier alles jetzt schon zu stressig in dem kaputten haus in dem weißen hier achso alter das ist eine mosin oder sparks oder sowas wo hat er mich eben weg gemacht wo ich muss mich heilen hoffentlich sieht mich jetzt keiner ich verpiss mich erstmal ich glaube das ist sparks sonst würde der öfter schießen vor gottes will ganz genau da hinten ist heilung da da hinter dem weißen da scheiße ich gerade ehrlich gesagt kurz raus ok das mache ich lieber von hand ich sehe überall nur zombies rumlaufen ich sehe keine bewegung von einem spieler wie gesagt da auf dem ping war direkt zwei warte ich riskiere jetzt mal was so bin drin und von da vorne ja 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 den wollte ich ein bisschen provozieren eben dann auf dem weg hat er einen hit ich glaube ich habe einen baum oder so aber naja so auf welchem weg es sind jetzt auch noch von westen quasi da zum baum einer läuft am baum an dem dicken baum da ja an dem dicken baum an dem wir eben waren ok ich sitze dahinter beim wasser einer da vorne so eine reichweite ist die Wünfe hat einen Hilt aber hat mich erwischt ok hat einen sparks kann nicht viel haben kann sich nicht aufstellen ja ich bin im haus down schön so wo sind die jetzt alle immer noch am baum am baum müsste einer sein da vorne oder hat jemand was ah ich habe eine hellfire vergesst ich bleib sehen da unten am baum wieder hat auch nur eine winfield ach fuck ich bin runter gefallen das passiert mir so oft boah fuck auch scheiße auf die zeit die will ich holen und wenn ich dabei rau drauf geh noch ein hit down ist einer down so einer müsste noch leben ja von da vorne süden ja 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 bin auf dem weg 10 hat mich getroffen hat fanning alter tot ist tot ist tot da müssen wir raus ich würde sagen gar nicht groß mit luten jetzt aufhalten nein 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 wir haben einen guten weg vor uns wo gehen wir hin osten also unterm boss würde ich sagen ja das ist das westen machen wir ich bin grad leicht verwirrt alles klar oh das wird eng oh das wird eng puh ja what a fight ja sparks ist ekelhaft ne ja die haben halt den fehler gemacht dass er noch ungeduldig wurde bekam halt richtig schön von sich aus auf shotgun reichweite naja der eine kerl da bei dir das stimmt das ist naja ok aber das reicht doch locker das ist ja schon hinter den gräbern das sieht manchmal manchmal knapper aus als es ist ja du kannst ja in 5 minuten über die ganze map rennen ne da wär ich vorsichtig ja dann passieren noch irgendwelche dummen sachen und dann druckst du ja gut das klar das ist nur ein aber ich mein wenn du ungehindert bist übrigens auch noch die möglichkeit dass es noch Gegner gibt kann gar nicht sein wenn die da auch raus gekommen sind kommen wir da auch raus schauen wir mal aber ja wir sind ja gleich da gut also wirklich danke für diese dolch von dem einen kerl da vor zwei runden oder so ja bitte bitte ja er hat gute er hat gute Dienste geleistet bisher er hat gute Dienste geleistet bisher denn die einfach raus ja das sind ein paar kleine hier Schlingel es ist irgendwie nicht so das was man mittlerweile macht also ich mein mittlerweile heißt es ja immer eher so ja töten ich meine also warum liegen hier Waffen rum da liegen noch die Waffen von den Leuten na dein Ernst doch ah lustig ich dachte du kannst die looten aber ich wollte nicht ne ja manchmal haben wir auch eine Runde wo man einen spannenden Kampf hat und das war's ohne Boss und ohne alles aber langweilig ich fand es ganz cool locker easy wenn man halt stirbt ist es halt kacke das kann ich schon nachvollziehen ähm ja dann hoffe ich mal dass es euch auch noch ein bisschen gefallen hat und wenn ja dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben wenn ihr mehr sehen wollt lasst gerne ein Abo da und schreibt eure Meinung zu der Runde in die Kommentare damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei Handschaudern haut rein